Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Serie Kurz erklärt. Ob das heute so kurz wird oder nicht, werden wir mal sehen. Das Thema, an das ich mich heute rantraue und versuche euch ein bisschen näher zu bringen, ist das Thema Strömung. Ja Leute, Thema Strömung. Groß und breit diskutiert. Ich könnte jetzt sagen, es ist ein Riesenthema. Ist es auch. Weil wir haben grundsätzlich die Problematik, es gibt keine wirkliche Faustformel, Faustregel, wie ich wo die Pumpen anbringen muss, damit das so funktioniert in dem und dem Becken mit dem und dem Aufbau. Das schon mal vorab. Es gibt keine Generallösung. Was es allerdings gibt, sind Anzeichen und Kennwerte, an die wir uns halten können. Fangen wir erstmal damit an. Wenn ich eine Strömung aufbaue, beziehungsweise plane, muss ich natürlich berücksichtigen, wie habe ich meinen Aufbau gewählt. Mittlerweile gehen die Aufbauten ja so hin, oder wird, sagen wir es mal so, die Aufbauten, die damals gemacht wurden, war Südtribüne oder Hafenmauer. Alles schön hochgestapelt, schön an die Wand hinten dran, sah toll aus und ließe sich theoretisch gesehen von vorne auch sehr gut beströmen. Das Problem, was wir dann damals hatten, ist die Rückseite. Da hatten wir dann relativ wenig Strömung, bis gar keine. Meistens ist auch keine Riffspülung verarbeitet worden oder verbaut worden. Und dann kamen dann dementsprechend tote Stellen hin. Beziehungsweise haben sich tote Stellen gebildet. Und somit haben diese Becken dann, sagen wir mal, eine gewisse Zeit X dann nicht überstanden. Problem an der ganzen Sache ist, wir brauchen Strömung in unseren Becken. Relativ viel oder auch relativ wenig. Aber wir brauchen einen Umsatz, einen Wasserdurchsatz im Becken, der einerseits die Wassermenge bewegt, der zum anderen, andererseits oben die Oberfläche leicht bewegt. Wir kommen gleich zu, was das alles bewirkt. Und Sinn und Zweck des Ganzen ist es ja, dass Material bewegt wird. In erster Linie natürlich unser Wasser als Trägermedium. Und in diesem Trägermedium ist es drin, Sauerstoff, CO2, Nährstoffe, mein Kalk für den Kalkhaushalt. Und was dann auch noch transportiert werden soll, sind die Abfallstoffe. So, all diese Sachen, diese, ich sage jetzt mal, groben fünf Dinge, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, sind diese Sachen, die wir im Endeffekt bewegt haben wollen im Wasser. Die unsere Korallen einerseits brauchen und andererseits natürlich nicht brauchen. Wie zum Beispiel Detritus, also sprich Abfallstoffe oder Sedimente, die halt nichts an den Korallen zu suchen haben. So, jetzt bewegt unsere Strömung unser gesamtes Medium. Das heißt, das Wasser wird an den Korallen oder soll an den Korallen vorbeigetragen werden, beziehungsweise die Korallen sollen durchströmt werden durch ihre entsprechende Struktur, die sie haben. Und nehmen aus dem vorbeiströmenden Wasser dann dementsprechend Nährstoffe auf, nehmen den Kalk auf, geben Abfallstoffe ans Wasser ab, die dann wieder weggetragen werden sollen und, und, und. Dafür ist unsere Strömung da. An den Korallen. Jetzt habe ich eben gesagt, wir haben noch eine wichtige Sache. Das ist unsere Oberflächenbewegung oder unsere Oberflächenströmung. Einerseits hat sie natürlich den positiven Effekt, wenn ich eine LED-Beleuchtung drüber habe, dass mir diese Wasserbewegung oben einen wunderschönen Kringel-Effekt da reinbringt. Hat jetzt nichts damit zu tun, was die Strömung tatsächlich anrichten soll. Ist nur optisch für uns schön. Für uns, wurde gemerkt. Was diese Oberflächenbewegung aber sonst noch da reinbringt, ist ein Gasaustausch. Also sprich, CO2 raus, Sauerstoff rein, wenn mich hier alles täuscht. Wenn es falsch ist, schreib es unten rein. Ich glaube, so rum war es. Ja, wir wollen das CO2 aus dem Wasser heraus haben. Und Sauerstoff wieder rein. Dafür ist es im Endeffekt. Genau. Wenn CO2 ausgetragen wird, steigt mein pH-Wert. Genau, so rum war es. Äh, richtig. Ja, dafür ist es dann auch wichtig. Dafür, dass wir einen Gasaustausch bekommen. Das heißt also, unsere Strömung erfüllt unheimlich viele Aufgaben. Und das ist das Problem, was wir alle im Endeffekt haben. Kommen wir nochmal zurück zum Aufbau. Wie gesagt, damals hatten wir die Hafenmauer oder Südtribüne. Heute gehen wir dazu hin und bauen luftig unsere Riffe auf. Oder versuchen luftig aufzubauen. Das ist von Material zu Material unterschiedlich. Bei dem einen geht es was besser. Sieht man hier im Hintergrund das Epo-Rief. Ich blende euch nochmal ein Bild ein, wie der eigentliche Aufbau ist. Das besteht eigentlich nur aus Löchern und Streben. Und wenn ich dann anschließend meine Korallen draufgesetzt habe, im nächsten Bild, dann sieht man, okay, so kann es dann anschließend aussehen. Also man muss den Aufbau nicht nach den Korallen bauen, beziehungsweise man muss versuchen, sich den Aufbau dann mit Korallen vorzustellen. Also der Aufbau an sich muss nicht hübsch sein. Das ist schon mal ein Punkt. Er muss so sein, dass meine Korallen draufpassen. Und dass ich nach Möglichkeit viele Möglichkeiten habe, dass er durchströmt, umströmt wird. Dass sich nach Möglichkeit keine toten Stellen irgendwo bilden können. Und eins sage ich euch. Der Aufbau, so wie ich ihn jetzt habe, der ist sowas von luftig. Zumindest im Grundaufbau gewesen, weil ihr seht ja im Hintergrund, was mittlerweile passiert ist. Und habt es ja auch in meinen Tagebüchern erlebt. Es ist wirklich schwierig, selbst bei einem so luftigen Aufbau überall Strömung hinzubekommen. Und genau da liegt der Hase im Pfeffer. Wir haben zum Beispiel jeder, ich sage jetzt mal, von den Standardströmungspumpen oder von den Strömungspumpen allgemein, die haben einen Magnet oder haben einen Saugnapf oder wie auch immer, die befestigt werden. Die packen wir an eine Stelle hin, richten die aus, stellen ein Programm ein und sagen, so, das muss es jetzt sein. Nö. Ganz einfach, nö. Was die Korallen eigentlich brauchen, ist eine indirekte Beströmung, die nicht direkt aus der Pumpe kommt. Das heißt, die gesamte Wassermasse sollte nach Möglichkeit bewegt werden. So berichte ich mich, wenn es falsch ist, aber ich glaube, das ist die Definition einer laminaren Strömung. Das heißt, die Gesamtwassermasse wird bewegt, geht um die Korallen rum und interessiert sich nicht dafür, ob da eine Koralle war oder nicht und dahinter geht es ganz normal weiter. Das ist der eigentliche Hauptplan, weil dann ist auch gewährleistet, dass überall vernünftig Strömung hinkommt. Da wir ein solches System aber unheimlich schlecht realisieren können mit unseren momentanen Pumpen. Es gibt nur wenige Pumpen, die in der Lage sind, laminare Strömungen herzustellen, die dann jenseits aber auch für gut und böse in der Anschaffung sind. Es gibt also in meinen Augen nicht die eine Pumpe, die alles kann. Definitiv nicht. Also mit einer Pumpe in einem Becken würde ich sagen, aus meiner Erfahrung heraus, nein. Grundsätzlich wird gesagt, mehr ist besser. Also im Gegensatz zu der landläufigen Meinung, weniger ist mehr, nein. Nein, tatsächlich ist es bei der Strömung, die muss nach und nach mit wachsendem Becken an die Korallen und an die Beckenstruktur angepasst werden, wenn man starr verbaute Pumpen hat. Und wenn man, ich sage es mal, starr verbaute Pumpen benutzt, ist es nun mal so, dass man versuchen sollte, unterschiedliche Strömungsmodi über den Tag zu verteilen. Wenn ich jetzt hingehe, meinetwegen, man nimmt zwei Pumpen, lässt die gegeneinander laufen, um eine Ringströmung zu erzeugen. Diese Ringströmung, wie ihr schon seht, läuft außen dran vorbei, läuft vorn dran vorbei. Das, was in der Mitte ist, bekommt wahrscheinlich nicht so viel ab. So, nächste Variante, um eine Strömung aufzubauen, wäre die Walze. Drüber, gegen die Scheibe, runter und wieder zurück. Kann man mit Crossflow Pumpen machen, RSW45, Maxback Jump etc. pp., wie sie alle heißen. Sind sehr, sehr geile Pumpen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber, nächste Aber, reicht dafür aus, um ein Riffdach zu beströmen. Reicht auch dafür aus, um gegebenenfalls unten die LPS auch zu beströmen. Zu den Kennzahlen, so Pi mal Daumen, wie viel man braucht, komme ich gleich noch zu. Aber, wir können das Riff zum Beispiel nicht hinterströmen damit. Dazu reicht es nicht. Ich habe den Test selber gehabt und gemacht. Ich habe die eine RSW45 gehabt, die über meinen Riff drüber gearbeitet hat. Das hat wunderbar funktioniert. Unterschiedliche Modi habe ich programmiert, sodass auch dadurch, dass unterschiedliche Strömungen erzeugt wird oder konsequent mal durchgepustet wird, dann auch versucht wird, aus den entsprechenden Stellen, ich sage mal, den Dreck hochzuwirbeln und somit in unser Filtersystem reinzukriegen. Aber, diese eine Pumpe reicht natürlich nicht, weil sie nicht hinter unser Riff kommt, weil sie nicht an die speziellen Stellen kommt. Und genau da müsst ihr separate Pumpen einsetzen. Habe ich bei mir auch. Also, ich habe jetzt insgesamt, trotz meiner Ocean Motion, habe ich noch zwei weitere Pumpen im Riff verbaut. Zwei Tunze 6055, die über, Entschuldigung, einen Multicontroller verbaut sind. Und Multicontroller deshalb, weil an diesem Gerät ist eine Lichtzelle dran, eine Fotodiode, die meine Pumpen steuert. Die arbeiten da unten im Wave-Modus, das heißt abwechselnd gegeneinander, gehen zu einer gewissen Tageszeit an, wenn genügend Licht da ist. Also, das ist bei mir so ungefähr, Pi mal Daumen, 10, 11 Uhr der Fall. Und wenn man dann in der Nähe vom Becken ist und guckt dann rein und sagt, oh Gottes Willen, was ist jetzt los? Hat meine Polaris, also Poli, schon wieder irgendwo Dreck gefunden? Nein, die Pumpen sind nur angesprungen. Die den Dreck der Nacht von hinten nach vorne wirbeln. Meine vorderen Pumpen verwirbeln es so weit, dass es nach Möglichkeit oben in den Schacht reingeht. Das ist Sinn und Zweck der ganzen Sache. Abtransport von Dreck und Transport von Sauerstoff und Nährstoff. So, jetzt ist die Problematik, die wir haben, einerseits, dass wir unsere Korallen nach Möglichkeit nicht direkt anpusten sollten, weil unterschiedliche Korallentypen können unterschiedliche Stärken von Strömung vertragen. So, kommen wir mal zu den Kennzahlen, die so im Netz rumgeistern. Mindestumsatz sollte sein, 10-fache Menge des Beckenvolumens, also nicht des Systemvolumens, weil es nutzt mir nichts, wenn ich 6000 Liter Strömungsdurchsatz habe, obwohl ich oben nur ein 500-Liter-Becken habe. Also, das, was wir beströmen wollen, davon die Nettovolumen 10-fache Menge, ist der Mindestdurchsatz. So, jetzt nimmt man sich mal ein 1,50 Meter Becken, wie ich da hinter mir stehen habe, mit 500 Liter, setzt da eine Pumpe, eine Pumpe rein mit 5000 Liter und lässt die arbeiten. Ihr merkt schon, wo das hinführt, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein, das funktioniert gar nicht. Das ist für kleinere Becken eine Kennzahl, würde ich sagen. Aber für ein großes Becken, so wie ich das da stehen habe, selbst mit einfachen Korallen sind 5000 Liter Strömungs-Wasserdurchsatz was für den nackten Hintern. Entschuldigung. Wie eben schon gesagt, jeder Korallentyp bevorzugt unterschiedliche Strömungsstärken. Einige können mehr ab, die anderen können weniger ab. Klar, unsere SPS sind Korallen, die aufgrund ihrer Wuchsform und Wuchsstruktur einen höheren Strömungsbedarf haben, weil die einen wachsen tellerförmig, da kann sich in diesem Teller Dreck ansammeln, die anderen wachsen astförmig, dann ist dann hier in diesen Ästen irgendwo die Möglichkeit, dass dann halt sich Material ablagert. Und deshalb brauchen diese Korallentypen auch mehr Strömung, eine höhere Strömung, damit dieser Dreck da oben drauf auch abtransportiert werden kann. Und gleichzeitig natürlich auch überall, da wo Polypen sitzen, ist bei den Steinkorallen ja zu 99% überall, wenn sie vernünftig gewachsen sind, dass da auch überall dementsprechend Nährstoffe und Kalk hinkommt. Und also brauchen sie viel Strömung, es muss viel Material bewegt werden, es muss viel umgesetzt werden da oben. Deshalb können diese Korallen und brauchen diese Korallen auch weitaus mehr Strömung. So, wenn wir dann jetzt mal zu unseren LPS hingehen, die, die etwas einfacher zu halten sind und farbtechnisch, ich sag jetzt mal, den SPS nicht so wirklich nachstehen, aber, ich sag jetzt mal, tatsächlich auch einfacher zu halten sind, wie SPS oder Akros, die haben aufgrund ihrer generellen Struktur, weil es halt, die haben ein relativ verhältnismäßig kleines Kalksklett und sehr große Polypen, die sich dann halt aufpumpen, aufblasen. Beste Beispiel ist da hinter mir die Wunderkoralle. Die hat einen Stein, der maximal so groß ist wie meine Hand. Und der ist auch noch in sich gebogen. Und diese Koralle, wenn sie sich komplett auffimmt, ist so groß. So, wenn ich da jetzt mit einer Pumpe richtig Strömung drauf bringe, dann macht die das maximal einen Tag auf anderthalb mit und irgendwann sagt das Gewebe dann, ich kann es nicht mehr, weil halt Schwächungen von den entsprechenden Gewebetypen oder Gewebebereichen dann auftreten, die Koralle wird dann einfach weggeblasen, kaputt, gepustet. Daher sollte man darauf achten, dass wenn man Strömungen aufbaut, dass diese Korallen nicht ganz so viel Strömung, direkte Strömungen bekommen. Generell sollte man auch vermeiden, wie schon gesagt, Korallen direkt zu beströmen. Es gibt Pumpen, mit denen kann man sowas machen. Und es gibt Pumpen, mit denen sollte man es zu nichts unterlassen. Als bestes Beispiel, den Vergleich kann ich jetzt einfach mal ziehen aus Erfahrung. Einmal meine Tunze 6055. Das sind Pumpen, die halt einen gerichteten Strahl in eine gewisse Richtung bringen. Und dann kommt auch, ich sage es mal, trichterförmig, geht es dann in diesem Bereich auch so weiter. Das heißt, wenn ich in diese Richtung puste, dann kommt da hinten auch in so einem Bereich Material an. Der Rest ist erstmal aus und vor. Das Wasser wird zwar mitgerissen, es kommt ein bisschen Bewegung rein, aber das war es dann auch. So, und dann das komplette Gegenteil von diesen Pumpen ist zum Beispiel die Smart Drift oder die Jibau-Bau-ähnlich. Die haben eine sowas von weiche, breite Strömung, die gehen in die Breite. Und das ist natürlich dann auch was ganz anderes, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine Pumpe, die meinetwegen 10.000 Liter drückt. Konsequent in die eine Richtung auf diesen einen Punkt da hinten. Oder ich habe eine Pumpe, die auch 10.000 Liter drückt, aber die 10.000 Liter gleichmäßiger verteilt. Das ist ein ganz anderes Strömungsbild und muss dann dementsprechend auch anders gehandelt werden. Mit der einen Pumpe kann ich tatsächlich hingehen und versuchen zum Beispiel eine Ringströmung aufzubauen. Über einen größeren Weg mit der anderen Pumpe, wenn ich da versuche eine Ringströmung aufzubauen, behaupte ich jetzt mal stock und steif, dass sie sich in der Mitte so dermaßen bricht, weil die halt so weit auseinandergegangen ist, dass es eigentlich gar nicht so wirklich funktioniert. Die wird in einem gewissen Bereich funktionieren, geht ihr hin, aber irgendwo treffen sich die beiden Strömungen so, dass es verwirbelt und sich dann mehr oder weniger aufhebt. Also da muss man dann auch schauen, wie baue ich sie auf, wie kann ich sie am besten positionieren, damit sie den Effekt im Endeffekt erreichen, den ich haben möchte. Nämlich eine indirekte Bewegung im Becken, die meine Korallen versorgt, sodass meine Korallen Strömung haben und durch diese Strömung halt versorgt werden, aber auch nicht geschädigt werden. Es gibt so viele Pumpen, das beste Beispiel kann ich da auch noch nennen, habe ich mich neulich noch mit unterhalten mit dem Norbert Dammers. Schönen Gruß von hier aus. Der hatte eine Nero 5 und ihr wisst ja, der hat in seinem Schaubecken, ist der momentan hier dieses Riesenriff mit dem Epo-Reef am Aufbauen. Dieses tatsächliche Flying Reef, sag ich mal, freischwebend. Und der hatte auch diese Ocean Motion drin. Und die Nero 5, die sehen zwar ähnlich aus wie die Smart Rift, aber haben eine komplett andere Strömung, ein anderes Strömungsbild wieder. Viel gerichteter. Und da sagt er, nee, kann ich nicht machen, was du da gesagt hast. Also ich gehe hin und mit diesem Smart Rift gehe ich hin und programmiere Punkte, die ich einzeln ansteuere, wo ich dann immer ein bisschen stehen lasse. Also wenn ich die Pumpe so durchlaufen lasse, kommt da hinten ein laues Lüftchen an. Lasse ich die Pumpe aber auf einem gewissen Punkt stehen und lasse die erstmal 30 Sekunden in diese Richtung pumpen, blasen, Wasser transportieren. Dann kommt da hinten auch was an. Hat den Sinn und Zweck der Sache, dass dann auch mehr Material aufgewirbelt wird an den entsprechenden Stellen um den Korallen herum, den Dreck aufwirbelt und diesen Dreck wieder in meine Filterung rein transportiert. Ihr merkt, wo das hingeht. Wenn ich starr verbaute Pumpen habe, dann habe ich die Problematik, dass ich immer das gleiche Strömungsbild habe. Das Einzige, was sich daran ändern könnte, in meinen Augen, ist, dass ich verschiedene Programme über den Tag laufen lasse mit unterschiedlicher Stärke, um meinen Korallen unterschiedliche Strömungen zu geben und gegebenenfalls Dreck mal aufzuwirbeln oder durch einen Puls oder durch eine Dauerbeströmung dann wieder eine andere Form von Strömung hinzukriegen. Oder Pumpen abwechselnd laufen lassen oder abwechselnd programmieren. Die läuft 10 Minuten, die läuft 15 Minuten und wie auch immer. Es gibt da mittlerweile mit den Apps so viele Möglichkeiten in Sachen Programmierung, die unsere Strömung definitiv besser machen. Weil, wer sich jetzt nicht, ich sage es mal, sowas wie die Ocean Motion da reinsetzen möchte, einmal aus dem Grund, gefällt mir nicht, B, ist es mir zu teuer, weil ist auch teuer, muss man ganz ehrlich sagen. Ist also nicht mal eben hingelegt, so nach dem Motto, hier, alles gut, kaufe ich mir mal nebenbei. Der muss versuchen, die Strömung halt anders aufzubauen. Und da liegt eigentlich die Problematik. Es gibt natürlich zig Becken, die gut funktionieren, aber dann ist es im Endeffekt wieder die Problematik, dass wenn das Becken wächst, dann verändert sich meine Strömung auch wieder. Dann muss ich wieder anders aufbauen. Beste Beispiel, wenn ich ihn nennen darf, ich nenne ihn einfach, Matthias Kraut. Er hat damals, bevor er diese Pumpenmover eingesetzt hat, glaube ich, acht oder neun MP40 in seinem Riesenbecken gehabt. Ihr kennt ihn wahrscheinlich selber von Facebook und ab und zu seht ihr dann auch mal die entsprechenden Bilder von seinem Becken. Da hat er, glaube ich, sieben, acht oder neun MP40 drauf gehabt, damit die dementsprechend das gesamte Riff so beströmen, wie er das gerne hätte. Und wie die Korallen es brauchen. Heutzutage ist er hingegangen, hat die ganzen Pumpen alle abgebaut und hat nur noch zwei von diesen Movern im Einsatz. Und die beströmen dem das ganze Becken. Einer weiß gar nicht, was er für Pumpen drin hat, kann er mir vielleicht dann auch mal drunter schreiben, damit man das sieht. Aber zwei von diesen Movern beströmen das gesamte Becken. Spart Strom, spart Ressourcen. Ja, und es ist einfacher. Aber, wie gesagt, es ist eine Lösung, die jetzt, ich sage es mal, in den High-End-Bereich reingeht. Und mit der man auch optisch leben muss. Weil man muss ganz ehrlich sagen, ich habe da hinter mir den Reefer stehen, der eigentlich von der Optik her richtig geil ist. Wenn man die Scheibe wegnimmt und wenn man die Mover wegnimmt. Ja, das ist ein wunderschönes Becken, wunderschön aufgebaut. Und ansatzweise ist es bei denen ja auch so, die Rückförderung alleine aus dem Technikbecken heraus geht, bei denen gerade vorne ging die Scheibe. Was haben die sich dabei gedacht? Fand ich doof, habe ich geändert. Seht ihr im Hintergrund auch, da ist dieser bewegliche Arm, den habe ich dann da eingesetzt, damit das schon mal in eine andere Richtung geht. Damit ich damit arbeiten kann. Aber wo soll ich da bitte schön Pumpen hinsetzen, die mir mein gesamtes Becken so beströmen, dass ich keine Probleme habe mit meinen SPS und die Pumpen nicht sehe. Und genau das ist die Problematik. Wir können unsere Pumpen, wenn wir unsere Korallen vernünftig beströmen wollen, nicht so verstecken, wie es eigentlich sein sollte oder wie wir es optisch gerne hätten. Und dann müssen wir halt zu Kompromissen greifen. Okay, wir setzen sie vielleicht erst mal da, wir setzen sie erst mal da. Und dann beobachten wir, wie es im Endeffekt ausschaut. Und das ist das Einzige, was ich euch im Prinzip raten kann. Eine Pumpe alleine zum Beströmen eines Beckens, wie eben schon gesagt, egal wie groß sie ist, wird nicht ausreichen. Lieber mehrere kleine Pumpen nehmen, definitiv besser. Und die dann gleichmäßig verteilen. Auch wenn es optisch nicht das Schönste ist. Aber es wird den Tieren definitiv gut tun. Und dann muss man halt beobachten, gucken, wird alles aufgewühlt, bekommen meine Korallen dementsprechend Strömung. Wie sieht es aus? Ist es die Strömung zu stark? Ist sie zu sehr auf die Korallen gerichtet? Ist sie indirekt? Und wenn wir es dann vielleicht irgendwann geschafft haben, zu sagen, okay, jetzt bin ich mit der Strömung erst mal zufrieden. Meine Korallen stehen gut. Und die Pumpen habe ich vielleicht gerade auch so stehen, dass sie mir nicht direkt so ins Auge fallen, kommt das nächste Problem. Könnt ihr euch vorstellen, welches? Genau. Sieht man bei mir, glaube ich, hier im rechten Bereich unten, der Sand. Spätestens dann, wenn man Strömung irgendwo gegen eine Scheibe laufen lässt oder über den Boden laufen lässt, wird der Sand wieder umgespült. Und ja. Jetzt werden einige sagen, lass ihn doch weg. Nein. Grundsätzlich nicht. Aber das ist eine andere Diskussionsgrundlage. Da reden wir jetzt mal nicht mit drüber. Im Endeffekt ist es immer eine Problematik, wie kriege ich die vernünftige Strömung hin? Ich habe es allein im Projektbecken gesehen. Da habe ich mit zwei Pumpen direkt gestartet, weil ich gesagt habe, komm, pack dir lieber eine mehr rein. Und ich habe es immer wieder verändert, immer wieder gedreht, immer wieder geguckt, wie kann ich das machen? Wie kriege ich da und da Strömung hin? Ja, dann hat die Strömung gepasst. Zack, war vorne der ganze Sand. Ja, klasse. Jetzt schiebe ich mir den Sand nach hinten. Da, wo ich nicht mehr drankomme. Und ja, Leute, ihr seht, das ist alles nicht ganz so einfach, mal eben zu sagen, wir bauen eine Strömung auf. Ihr müsst ständig am Ball bleiben. Ihr müsst ständig schauen, passt es so? Habe ich irgendwo Bereiche, die nicht ganz so toll laufen, beströmt sind etc. pp. Und, und, und. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein paar Anmerkungen bzw. Anregungen geben, wo ihr drauf zu achten habt. und wofür es auch wichtig ist. Und, ja. Ich denke, das war es dann. War ja auch wieder lang genug, von wegen kurz erklärt. Und solltet ihr noch Fragen oder Ähnliches haben, schreibt es ruhig runter in die Kommentare. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao. Ich zähle auf euch,